Ich hoffe nicht, ich wünsche gerne gewinnen. Wir haben ja vereinbart, Greifen ist verboten. Ach so, genau. Gerade bei dem Pack-Charakter überhaupt hier im Spiel. Eben. Das ist die Frage. So fängst du an. Ah nein, komm verkackt. Geh weg mit deinem. Ranz da. Oh, komm schon. 10er Dombo ist am Start. Na, bleib liegen. Oh, was? Oh, weg. Nein, nein, der Dropkick. Weg, ja. Dann macht der zweimal das Gleiche. Oh, shit. Jetzt kommt wieder unten der Angriff, du Sack. Ah, abgewehrt. Nein. Mein Mann, du kommst. Das ist früh gedroppt. Oh, komm. Nein! Nein, nein, nein! Komm, na! Jawoll. So war das aber hier überhaupt nicht abgespannt. Diese Combo ist so heftig von der Alyssa. Oh! Ah, er kontert wieder. Fuck Animation. No! Doch, doch. So billig holt er mich hier. Nein, 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 nein! Ja! 4-0! Was haben wir eben gemacht? Was haben wir eben gemacht? Wie ist das hier? Aufwärmübungen haben wir gerade gemacht wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Ja, aber das ist doch... Alter, das ist doch unglaublich hier. Der hat mich verarscht. Sieht gerade gut aus hier. Der hat mich verarscht. Oh, komm! Ah, den letzten hab ich nicht mehr runtergekriegt. Umso besser für mich, umso besser für mich. Nein, 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 nein! Noch keine Faxen? No! Und das war's. What the fuck? Also, schnelle Runde! Drei Minuten! Nice! Na, okay. Nein, 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 nein. Was? Nein, 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 nein. Möchtest du Revanche? Ich, ähm, 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 ich hatte den Molito aus. Ähm, das ist... Nee, 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 mein Freund. Umgekehrt, du hast auch hochgeladen, wenn du mich so abziehst, ja? Ganz klare Kiste. Ich schneide da was anderes rein, das geht nicht. Ja, äh, 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 ich werd doch so hochgeladen. Ganz klar. Ganz klar. Wir können ja, äh... Warte ab, das war das falsche Outfit. Es war nur das falsche Outfit. Aber ich weiß nicht, ob ich mich da mehr anstrengen, weil ich weiß, es geht um was. Es sehen mehr Leute. Ich hab keine Ahnung, ob ich das instinktiv mach, keine Ahnung. Ja, ich glaube schon. Ich weiß es nicht. Die nächste Runde geht los hier. Man muss dazu aber sagen, dass dein Charakter Alisa ist zu meiner, ist ja auch King, ne? Darf man nicht vergessen. Aha, greif doch Ando, Sack! Komm, 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 komm! Ah, den letzten hat er wieder geblockt hier. Nein. Nein! Er holt aus, er holt aus. Nein, 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 nein. Ich musste antäuschen. Ich musste, ich musste ausgetänzelt. Das war zu riskant bei einem Schlag Leben da jetzt zu riskieren, dass du da... Ah, der ist richtig geil, der Start. Den feier ich. Nach Möglichkeit war ich immer vor... Oh, genau. genau da habe ich einfach auf dem wohn der tatsachen zurück nein ja das wird doch gleich bestraft hier nein 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 ich dachte diesmal bist du ich dachte diesmal kommst du diese mindgames wenn man einfach hier die ulti hat zu gut einfach manchmal konnte dass du den und manchmal nicht da weiß ich nicht was mache ich jetzt am besten ich weiß lieber ich denke ich machen soll das trifft müsste eigentlich ja ja das ist eine kleine komo weg nein nein ach du bist in der ulti in der komo ich hab's nicht gerafft ich hab's nicht gerafft yes oh come on knappes ding hier auch wieder hey hey hallo wir spielen hier ohne waffen revolver weg was nein 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 nie dieses anheben ne komm achi doch ab Ich will nicht abheben. Nein. Shit. Du sagst. Das ist ja nicht das Mietekätzchen. Ja, ich sehe schon. Mann, das schaffe ich gerade nicht, was ich überhaupt... Oh! Ach, zu lang geblockt. Hallo? Ja, es geht weiter. So? Soll ich mal eine Kombi raus, mein Freund? Kannst du auch? Wie komme ich da raus? Bitteschön! Was? So muss das sein, mein Freund. Alter, was war das? 8er P? Ja. Kommt hin. Komm, treff, 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 treff! Was zum verdammten Ender ist denn hier los? Jetzt ist Konzentration hier. Jetzt ist aber Feierabend hier. Konzentrated. Ist die Frage, wie fängst du wieder an hier? Ah, unten. Okay. Ah, nein! Der hebt ab! Ach, der packt er wieder. Nein! Das habe ich schon verkackt, deswegen ging es nicht weiter. Der Kopf ist immer eine schlechte Idee. Nein, ich habe da verkackt jetzt auch wieder. Guck, das meine ich. Deswegen geht es nicht weiter. Oh, jo! Was geht ab? Der habe ich es noch nie geschafft. Oh! Hast du was gemacht? Nein, hat er nicht! Hat er nicht! Oh, yes! Oh, yes! Oh, yes! Oh, yes! Oh, yes! Oh, yes! Ich hätte dich quämmen sollen! Ah, du Sack! Ich kann auch unten angreifen. Was machst du jetzt? Hier! Zack, 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 zack! Ich bin eklig! In der Kombo! Weg mit dir! Ah, ja! Okay! Kann ich auch? Oh, nein! Oh, noch nicht! Oh, noch nicht! Hallo! Hallo! Alter! Oh, jo! Wahrscheinlich! Kacke! Das gibt es nicht! Komm, komm, komm! Kombo, hau raus hier! Jetzt verkack ich auch die Tasten bei dem Kombo! Da geht ihr echt noch einen Meter nach hinten! Jawoll! Jawoll! So bleiben wir! Und noch einmal! Nein, nein, nein! Nicht nochmal! Oh, mein Arm! Ich hab dich doch total geehrt! Oh mein Gott! Oh Gott, war das knapp! Bleib mal auf! Jetzt bleib auch mal liegen, mein Freund! Genau! Kriegst du das gleich in grün ab, ne? Genau! Ich bleib fliegen! Bleib slow liegen! Da bleibst du auch mal liegen! Ah, dieser Kombo, alter! Komm, ja, du Sack! Nein, da drück ich wieder zu... Falsch, Mann! Komm schon, hör auf mit dem Mist! Und... Und... Bats! Oh nein! Oh nein! Oh, ich dachte jetzt grad, es kommt wieder deine... Komische Dinge ins! Oh! Komm, treff! Nein! Nein! Das musstest du nehmen! Nein! Nein! Oh, jetzt gehts drum! Shit! Shit, shit, shit! Komm, jetzt hier richtig offensiv! Nein! Du gehst nach hinten! Ja! Weg mit dir! Nein! Das... Das... Dieser Kick hat ne Reichweite! Das... Das denkt man überhaupt nicht! Ja, ich bin menschlich hier! Ist ja auch ein Tiger! Oh, Mann! Ich verkack den Kombo! Das gibt's doch nicht! Ach nein, ich wollt grad ansetzen! Der hat! Ah, der kauft ne! Weil der einfach so... Quasi so verspätet trifft, weißt du, das ist das heftige bei dem Kupfe! Ohhhh! Ohhhh! Einfach Spin Kick Feierabend! Ende hier im Karton! Oha! Ich knappe die Ausgleichen bin! Nein! Der ist aber auch heftig, der Kombo! Den hab ich mit Alisa auch noch nicht drauf! Nein! Ah! Das ist super fliegen! Du stehst danach so schnell wieder! Muss auch! Nein! Doch! Nein! Doch! Der Grab da! Der Grab da! Nein, nicht noch mal! Ey, hallo! Einmal reicht's! Guck mal ins Drehbuch! Guck ins Drehbuch! Nein! Oh, komm! Das ist doch... Komm! Ich will das noch mal machen! Nein! Nein! Jetzt mach ich mal hier! Warum hab ich das verfehlt, Mann? Ah, der Kopf wieder! Oh, der Zweiten! Und den droppst du! Nein, Alter! Nein! Doch! Und der Kopf trotzdem noch! Ach! Yes! Yes! Ich hab das gleich verkackt, Mann! Shit! Oh, shit! Und manchmal aus der Hektik und so drückst du die falsche Taste oder zu langsam so, weißt du? Shit, shit, shit! Oh, komm! Hits ober! Ja, gut! Zwei hab ich gewonnen! Ist das schon mal gut für ne Folge, ne? Dann eventuell 2-2! Oh, guck, die Runde jetzt los! Ich werd nicht abgelacht! Ja! Ja, okay! Bin ich voll gespannt jetzt hier! Ich weiß noch nie, wie du anfängst! Manchmal gehst du nach hinten, manchmal springst du nach oben! Bei dir kann ich das nicht so 100% sagen, wie du anfängst! Aber! Die Sache ist die, dass du da! Was das angeht! Ah! Immer das gleiche! Den gleichen Fehler mache! Zu lange blocken! Nein! Da hab ich auch zu spät wieder was gedrückt! No! Ich hab echt gedacht, jetzt gehst du zu Agro rein! Und noch einmal! Na ja, okay! Mann! Ich krieg die Komponik hin! Das ist grad so widerlich! Oh, oh! Komm, treff noch! Damage! 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 Ja, komm! Komm schon! Das war kackig, ey! Weißt du, ich zeig dir, zum ersten Mal mach ich die bei dir! Und dann mach ich die sofort! Geh weg mit deinem Kopf! Ja, ja, der war blöd! Die Reichweite! Ne! Oh nein! Oh nein! Das wär so ein geiler Finisher gewesen! Yes! Nein! Oh Gott! Knappes Ding! Knappes Ding! Knappes Ding! Bleib liegen! Bleib! Liegen! Liegen! Was?! 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 Dass du mich tiffst! Okay! Dass du's abbricht! Oh mein Gott! Das ist nicht okay! Das ist nicht okay! Das ist aber echt, das ist echt eine Schwäche, ne? Das packen! Ja, du kannst mich komplett mit Grabs alleine down machen! Oh, zack! So packen und so ein bisschen der untere Bereich, ab und zu aber nur! Oh mein Gott! Jetzt willst du mich aber verarschen! Ja, ja! Zack! Boah, komm! Ich muss jetzt hier im dritten Sequel! Warte, warte, warte! Ich muss nachdenken! Ich muss nachdenken! Oh! Komm schon! Komm her! Nein! Der Kopf! Da kommt der Kopf wieder! Oh, alter! Na, ach, da ist der Kack-Crap! Okay, ja, down! Nein! Verkackt wieder, das gibt es nicht! Mach mal den hier! Ja, mach mal den hier! Quats! Ich kann nichts gegen Grabs machen! Ich bin hochgesprungen! Ich bin hochgesprungen! Oh nein! Da springt der noch rein! Oh mein Gott, das müsste reichen! Nee! Definitiv! Was? Nicht? Oh, ach Timo, der ist geil! Der ist geil! Ja, der ist richtig geil! Oh! Der ist richtig geil! Den kenn ich! Oh shit, ey! Was war das denn? Dein Schlag geht unter mir, weil ich hoch springe und ich trete über dich! Ah, die Reichweite davon leider! Ist so low! Nein! Ja! I break your face! Das kann's nicht sein hier, ey! Das gibt's nicht, ey! Warum kacke ich denn die Combo manchmal hier? Nacht! Dankeschön! Dankeschön! Auch da, ich hab keine Ahnung wie Nick, keine Ahnung wie es breaken kann! Was? Ach komm ey, jetzt hat er ihn durchgekriegt! Jetzt hab ich ihn! Scheiße! Wuuu! Deja! Nein! Ich wollte dir noch einen Schlag geben! Ah! Nein! Noch einmal ein bisschen zurückkommt vielleicht, Will! Ulti! Nein! Aha! Seh ich schon, ja! Nein! Ja! Oh was? Slam ist unblockbar? Ja, weil das auch auflädt, die Attacke! Fuck! Jawoll! Schönes Ende! Hast du verdient! Hast du verdient! Schönes Ende! Okay, ich würd sagen, du machst ab, Mod! Okay, Freunde der Nacht! Es war semi-professionell von meiner Seite, aber schön gemacht und verdient von King! Schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei, Mr Ali! Ich verlinke ihn in der Beschreibung und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder! Haut rein! Bis dahin! Bye-bye! Wie dem war, fürs natürlich waren wir auch vorliegt, Leute! Ebenso! Viel Spaß gemacht, gegen dich zu zocken! Bis zum nächsten Mal! Ciao!